Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part vom Minecraft Let's Play. Heute gibt es das Speed Build. Hier seht ihr das Ergebnis. Genau, das hier ist jetzt mein Haus. Ja, gehen wir einmal rein. Hier habe ich schon etwas angefangen im Speed Build zu dekorieren. Dann, hier den Einraum habe ich mit weißer Wolle ausgelegt. Hier kommen dann Öfen, Crafting Table und Truhen hin. Hier sind dann die Betten. Falls der Drachenzwerg mal bei mir übernachten will, habe ich hier ein zweites Bett hingestellt. Hier unten geht es zu dem noch nicht eingerichteten Lagerkeller. Das werde ich dann entweder in den nächsten Parts oder noch in einem Speed Build machen. Genau, und hier geht es auf die Dachterrasse, die ich gerade zugemacht habe. Da oben, da will ich mir eine Dachterrasse hinbauen. Ich bin ein Fan von Dachterrassen. Ja, und dann sage ich jetzt viel Spaß mit dem Speed Build und ich melde mich dann danach noch einmal zur Verabschiedung wieder. Ich bin ein Fan von Dachterrassen. Ich bin ein Fan von Dachterrassen. Ich bin ein Fan von Dachterrassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020